So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Auch in diesem Monat gucken wir mal wieder, was gibt es gerade Tolles, Interessantes, Heißes auf Kickstarter und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes gucken wir uns da mal Human Punishment, Project Hellgate an. Human Punishment ist ja, glaube ich, im letzten Jahr schon Kickstarter gewesen, der zumindest letztes Jahr ausgeliefert wurde. Ein Social-Deduction-Spiel aus deutschen Landen und ja, habe ich auch damals schon ein Vorschau-Video zu gemacht. Ich habe ein paar Live-Let's Plays auf meinem Kanal dazu und das ist tatsächlich ein ganz interessantes Spiel. Hier ist einfach auch ein Zitat von mir und auch ein Video von mir verlinkt, weil viele Direktionsspiele, da muss man ja herausfinden, wer ist in meinem Team und so irgendwie blöffen und herausfinden, wer macht was und das ist so das Kernelement. Das ist hier durchaus auch drin. Ich möchte wissen, wer in meiner Fraktion ist, wobei es ähnlich wie bei Bang drei verschiedene Fraktionen gibt. Menschen, Maschinen und Gesetzlose. Das wirklich Interessante und worum es in diesem Spiel eigentlich geht, ist es, Programme zu spielen. Denn jeder von uns hat so diese drei Fraktionskarten vor sich. Man hat so Waffen in der Mitte liegen, mit denen man halt auf Leute schießen kann, man kann sich nehmen, nichts unter mir dran ist, kann man sagen, ich schieße jetzt auch auf dich. Wenn das halt jemand aus dem gegnerischen Team ist, ist es gut, wenn das einer aus dem eigenen Team ist, ist es schlecht, deswegen sollte man schon erstmal herausfinden, wer es wäre. Aber man hat immer noch so Programmkarten auf der Hand, die irgendwelche Effekte auslösen, die meinetwegen machen, dass irgendwie alle ihre Waffen fallen lassen müssen oder dass man bei irgendjemandem anders eine Programmkarte ziehen kann oder dass ich, wenn ich tot bin, kann ich sagen, okay, ich aktiviere dieses Programm jetzt, ich bin so ein Schläfer gewesen, ich bin jetzt auf einmal wieder da. Das heißt, man kann auch wieder ins Spiel zurückkehren, nachdem man ausgeschieden ist, was auch echt toll ist, weil zwischendurch gibt es schon mal Informationen, man weiß, wer gehört zu welcher Seite. Und wenn ich halt wieder da bin, also vorher darf ich nichts sagen, aber wenn ich wieder reaktiviert werde, dann kann ich sagen, hey Leute, ich bin wieder da, ich habe diese erste Maschine, erste Maschine. Und die anderen Leute wissen natürlich wieder nicht, glauben sie mir das oder glauben sie mir das nicht. Das ist nicht so oft der Fall, dass das passiert, kann aber passieren, sind dann aber sehr tolle Momente. Und bei diesem Programm ist es halt so, dass die ganz unterschiedlich sein können. Also die können mir auch eine neue Fraktion geben oder auch einfach ein total sinnloses Programm sein, das ich auf der Hand haben muss, bis ich es irgendwie wieder abwerfen kann. Und ich habe so ein Limit von Programmen, die ich maximal im Spiel haben kann. Und das ist so das Kernding. Also ich will coole Programme spielen. Ich möchte natürlich herausfinden, wer zu wem gehört, möchte vielleicht auch irgendwie das Team wechseln können, wenn ich merke, das sieht gerade schlecht für uns aus. Das geht halt mal nicht, hängt eben immer von diesem Programm ab. Und die geben diesem Spiel sozusagen die Würze, haben aber so vielfältige, unterschiedliche Effekte, dass die teilweise auch schwer durch die Regeln abgebildet werden können. Und es oftmals eben zu Fragen kommt, wie kann ich jetzt das machen, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen. Da hätte ich persönlich mir jetzt großen Aufhänger bei diesem Kickstarter gewünscht, irgendwie jetzt mit komplett überarbeiteten Regeln, wo alles noch ein bisschen deutlicher gemacht wird oder wo vielleicht auch manche Karten überarbeitet wurden, die nicht ganz klar sind. Das habe ich hier jetzt so im ersten drüber gucken noch nicht gefunden. Es gibt noch andere Fraktionen, die man bekommen kann, Legion und Form, wo man so nach und nach auch leutifizieren kann, zu seinen Teammitgliedern machen kann. Aber diese Regelunklarheiten teilweise, das wäre halt schön, wenn da ein bisschen was gefixt werden würde. Da habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, naja, ich höre das immer so und ich lasse da die Finger von. Gerade bei solchen Social-Deduction-Spielen sagen sie, naja, das wollen wir nicht, so Diskussionen über die Regeln, wir wollen uns lieber mit dem Spiel beschäftigen. Tatsächlich war es bei mir in fast allen Partien ein bisschen so, dass irgendwann mal gefragt wurde, hey, wie ist das denn zu verstehen, wie ist das? Man hat sich nicht mal irgendwie geeinigt, man konnte die Frage schnell beantworten. Aber es war immer so, dass die Leute nach einer Partie gesagt haben, nochmal und nochmal und nochmal. Also wir haben eigentlich mindestens immer drei Partien gespielt. Ich habe das nie nur einmal gespielt. Man kann das ja von vier bis, ich weiß nicht, 17, 18, 19 Leuten spielen. Tatsächlich ist es ein Social-Deduct-Spiel, das auch zu viert schon richtig gut funktioniert. Also auch noch besser als Werbe für Vollmonat meiner Meinung nach. Und ich habe das mal in der Spieleburg mit zwölf Leuten gespielt. Das ist mehr so ein Gimmick, dass man das mit mehr Leuten spielen kann, würde ich nicht machen. Weil wenn es in der Reihe umgeht und ich halt warten muss, bis ich wieder dran bin und wir auch nicht alle gleichzeitig diskutieren oder dran sind, sondern wirklich so der Reihe nach. Und dann geht es irgendwie rum, die elf Spieler sind dran vor mir, dann wäre ich gleich wieder dran und der Spieler vor mir spielt das Programm und die Spielrichtung ändert sich. Dann sind wieder alle anderen dran, ich brauche irgendwie ewig, vielleicht ist das Spiel schon vorbei, bevor ich überhaupt wieder dran war. Also in so richtig großen Spielerzahlen würde ich es eher nicht spielen. Aber so von vier bis so sieben Spielern funktioniert das richtig gut. Mit so acht, neun, zehn habe ich es nie ausprobiert, aber das ist durchaus echt ein empfehlenswertes Social-Action-Spiel. Gerade wenn euch eben so dieses, ich muss mir ad hoc irgendwelche Cover-Stories ausdenken, ich muss lügen. Wenn ihr sowas halt nicht mögt, so bei Vollmonat, ich mag das Spiel super gerne, aber ich kenne Leute, die kommen damit nicht klar, dass sie sich halt ganz schnell Cover-Stories ausdenken müssen und dass sie halt total schnell überführt sind. Und dann sagen die halt, hm, das ist doof. Das hat man hier halt auch eher weniger. Da sind halt diese ganzen vielseitigen Programme, die man aufspielen kann, so das Salz in der Suppe. Und da bin ich auch mal sehr auf die Erweiterung gespannt. Vielleicht wertet ihr das Spiel auch noch mehr Spielern auf, aber, ne, erfahrungsgemäß kriegt man halt doch nicht so oft so viele Leute zusammen. Und man kann jetzt hier eben das Grundspiel spielen, äh, man kann jetzt hier eben das Grundspiel bestellen, zusammen mit dieser Erweiterung, plus alle möglichen Stretch-Dotes. Also wenn ihr diese Art von Spielen an sich mögt, dann guckt euch gerne mal Wortgängige-Bewertungen dazu an. Auch da, ne, hier wird auch damit geworben, das Highest User Average Rated Social Reduction Game is back. Ähm, 4 bis 16, genau, bis 16 Spieler geht's. Also es hat auch einfach gute Bewertungen. Es kommt bei allen Leuten gut an, auch wenn das mit diesen Regelfragen immer wieder in den Kommentaren auftaucht. Es gibt aber auch eine ausführliche FAQ, wo man reingucken kann, wo vieles dazu beantwortet wird. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Spiel für Freunde des Genres, das sich auf jeden Fall lohnt. So, als nächstes möchte ich euch gerne The Shipwreck Arcana auch ans Herz legen. Das habe ich nämlich tatsächlich schon gespielt, letztes Jahr in Berlin, als ich bei Matthias von Froster Games zu Besuch war. Da haben wir, ich glaube, zwei Partien gespielt und es ist eben auch ein Direktionsspiel, aber ein Logik-Direktionsspiel. Sprich, ähm, wir müssen was rausfinden, bestimmte, also eigentlich müssen wir rausfinden, welchen Marker ein Spieler auf der Hand hat. Und dafür gibt es so bestimmte Karten, die ausliegen, die so bestimmte Regeln haben. Und wir müssen dann rausfinden, okay, was, wenn er das gespielt hat, kann er nur das auf der Hand haben und das passt nicht zu den anderen Karten. Ähm, habe ich auch in einem Gezock drüber geredet. Da, äh, habe ich auch ein bisschen Spielmaterial gezeigt. Das sieht man hier aber auch. Hier gibt es dann eben immer so, ähm, vier Karten, die ausliegen, plus diese eine Standardkarte, die immer ausliegt. Und die haben halt immer, äh, Voraussetzungen. Und wenn ich, ich zähle immer zwei Marker aus diesem Beutel und muss eine davon spielen. Und anhand dessen müssen die anderen rausfinden, was ich für einen anderen Marker auf der Hand haben könnte. Und immer nachdem ich quasi die Marker gespielt habe, könnt ihr dann überlegen, reicht uns das Information, was wir haben, ähm, um zu raten, was er hat oder nicht. Machen wir weiter. Und es gibt nur bestimmte Elemente, die dazu führen, dass man hier bei dieser Karte irgendwie so Doom-Marker hinlegt. Und wenn irgendwie sieben Doom vorangeschritten sind, ist es vorbei. Das heißt, man hat auch einen gewissen Zeitdruck dahinter. Ähm, zwischendurch werden auch diese Karten immer wieder ausgetauft, dass sich auch mal die Bedingungen ein bisschen verändern. Man auch immer tracken muss, wer hat wann welchen Marker gespielt. Also hat er halt, ne, bin ich zwei Marker aus dem Beute gezogen, hab ein Spielerein davon. Ich ziehe dann wieder einen neuen nach, hab wieder zwei Marker. Dann muss man halt gucken, spielt er jetzt den gleichen Marker wieder? Oder einen anderen? Was können wir da auf Schlussfolgern? Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal in so ein Let's Play oder Erklärvideo reinzugucken. Wie ihr seht, hier Radort hat eins dazu gemacht, der Dicetaut hat eins dazu gemacht. Ich hab's halt leider nicht zu Hause, deswegen konnte ich noch keins dazu machen. Ich fand's aber echt gut und sehr empfehlenswert. Also wenn ihr wisst, dass ihr diese Art von Spielen mögt, man halt so ein bisschen knobelt und, ne, so irgendwie cryptet. Cryptet ist ja auch so ein Direktionsspiel, wo ich einfach rausfinden muss, wo ist jetzt dieses Vieh versteckt. Und Shipwreck Arcana ist, ich glaub es war sogar kooperativ, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer interessanter Ansatz. Und das dürfte eigentlich auch nicht so super teuer sein. Also hier 23 Dollar für das Base Game, 26 Dollar mit der Mini-Erweiterung. Ich denke mal, das werde ich auch einfach mal 1 Dollar Versand kosten. So, da hab ich's auch einfach mal gebackt und bekomme das dann zugeschickt. Freue mich sehr drauf. Also das hat echt Spaß gemacht, das ist halt ein Spiel, das holt man immer mal wieder gerne raus. So, dann Vindication, das Brettspiel. Jetzt noch 11 Stunden, das heißt, bis das Video geschnitten und hochgeladen ist und ihr das vielleicht auch am nächsten Tag gesehen habt, ähm, ja, ist das vielleicht schon durch. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Late-Pledge geben wird, deswegen hab ich's jetzt hier auch noch drin. Ich hab da ja gerade ein, ähm, Video zu gemacht, wo ich einmal zeige, wie das Spiel funktioniert. Auf meinem Live-Kanal haben wir da, ich glaube, zwei Partien von Live gespielt. Da könnt ihr also mal reingucken, Euro-Game mit einem Thema, so Fantasy-Thema. Wir sind so ein ausgestoßener, so ein menschlicher Abschauung quasi, der von seinen Kumpels über Wort geworfen wurde. Und wir tauchen jetzt halt hier auf dieser Insel dann auf und das halt irgendwie überlebt und müssen da jetzt eben nach Erlösung suchen, müssen halt ein besserer Mensch werden. Vom Grundprinzip her haben wir aber einfach nur so Holzwürfe, die so Ressourcen darstellen, die wir halt irgendwie, ne, so Potenzial, die mit Einfluss umwandeln, mit denen wir halt verschiedene Charaktereigenschaften pimpen, mit denen wir wieder irgendwelche Aufgaben bewältigen können, uns Kompagnons holen können, die uns eigentlich die tollen neuen Effekte geben, wo wir Synergien finden müssen, wo wir auf dieser Karte umherlaufen, wo wir uns verbessern können, dass wir schneller laufen, dass wir irgendwie auch bessere Menschen werden, also dann auch mehr von diesen Charakterpunkten auf einmal bekommen. Und auch diesen Endgame-Trigger, ne, das gibt, am Anfang gibt es zwei Bedingungen, die sagen jetzt, also, ne, mit das und das Eintritt ist das Spiel zu Ende. Das kann ewig weit weg sein oder ganz schnell funktionieren. Immer wenn man eine bestimmte Punkteanzahl reicht, wird ein zufälliger neuer Endgame-Trigger aufgedeckt, sodass man halt immer wieder gucken muss, okay, kann schnell zu Ende sein, was eben auch dazu führt, dass das Spiel wirklich nur eine Viertelstunde bis 30 Minuten pro Spieler dauert und man auch immer denkt so, oh, ich würde gerne nochmal, ich würde noch mehr aufbauen. Das ist schon, also so für Leute, die so Spiele wie, ne, im Prinzip Yokohama oder Istanbul mögen. So ein bisschen Pick-up und Deliver, halt noch mit so, ne, vielen Gehilfen, Kompagnons, Relikten, Spezialfähigkeiten, Unique-Player-Pause, die man sich dadurch quasi erwirbt. Das ist schon ein gutes Spiel, weniger thematisch, als man vielleicht annehmen mag, aber hat eben trotzdem das Artwork und alles, also, ne, da spielt man natürlich lieber, oder allein vom Thema her natürlich lieber sowas als ein Yokohama, wo ich Fabrik-Manager spiele, wobei das natürlich auch mal Geschmackssache ist. Und, ähm, ja, also mir hat das Spiel nach der ersten Partie richtig gut gefallen. Die nächste Partie haben wir mit dem Stefan gespielt, der das irgendwie gar nicht mochte und ganz schlimm fand, der aber auch zum Beispiel Istanbul nicht mochte. Und dann kann man es natürlich nicht ganz so gut an. Es hat auch einen Area-Control-Aspekt. Und das Spannende ist hier auch, dass es Area-Control ist, was zu zweit auch richtig gut funktioniert. Also normalerweise sagt man ja bei Area-Control-Spielen lieber mit drei oder vier Leuten. Hier geht das auch schon gut zu zweit, weil Area-Control ist so ein Aspekt in diesem Spiel, aber nicht der größte, nicht der, auf den es unbedingt ankommt. Darüber kann man Punkte machen, darüber kann man das Spiel beten, aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und trotzdem ist es so zu zweit, dass man da meistens so Schritt an Schritt geht, also dass man wirklich in einem ähnlichen Rahmen ist, und da es nicht zu großen Abständen kommt, auswählen, achte darauf gar nicht. Da macht er aber in anderen Bereichen Punkte. Und ich habe es ja auch schon im Titelbild gesagt, ne, Rado meinte noch so ein paar Verbesserungen, dann wird es in einer Liga mit Gloomhaven spielen, zwar jetzt nicht als Dungeon-Forder, sondern so als Euro-Game. Das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch bestätigen kann oder nicht, aber zumindest relativ viel von dem, was er angemerkt hat, was mich auch gestört hat, wurde jetzt gefixt. Und da gibt es dann eben auch einfach die Erweiterung, die ein paar Sachen fixt. Ich glaube auch ein bisschen, was im Spiel selbst wurde dann geändert, so ein paar Karten geupgradet und so. Und das ist auf jeden Fall schon ein Spiel, das man gut haben kann, das besonders ist, auch allein vom Spielbrett her sieht das schon mal schick aus. Und, ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, guckt in mein Video dazu oder in meine Live-Head-Space, beziehungsweise in das Gezockt, wo ich darüber geredet habe. So, dann von Kumi und Not gibt es Munchkin Dungeon. Das habt ihr vielleicht auch in meiner Nürnberg-Vorschau gesehen. Da war das schon ausgestellt, zumindest die Miniaturen. Tatsächlich ist Munchkin, also war auch so eines meiner Einstiegsspiele. Hier sieht man auch die Miniaturen. Aber, ja, es ist halt ganz witzig, so eins von mal spielen, der Grafiken wegen, Gameplay-mäßig ist es doch eher, auch wieder so ein Sieg-Verhinderung-Spiel, ich will nie wieder seine vorne ist, weil dann bäschen mich alle und ich werde das Ding sicher nicht gewinnen, außer ich habe ganz, ganz, ganz viel Glück und die anderen machen irgendwie nur Unsinn. Und das ist jetzt im Prinzip Munchkin mit Miniaturen, denke ich mal. Also, wenn ihr totale Munchkin-Fan seid und sagt, boah, ich brauche alles, wo Munchkin draufsteht, dann wird das was für euch sein. Aber, ja, ob da jetzt spielerisch so viel hintersteckt, weiß ich nicht. Cool, mir noch Sachen kommen ja dann auch oft später bei Asmodee raus. Hier kann man sich auch eine Preview angucken vom Dicetower. Und, ja, also wenn das auch nicht so, na, das ist halt so Humor, den muss man mögen. Und, ja, wenn es auf Deutsch rauskommt und ich das irgendwie in die Hände bekomme, weil es irgendwie in der Spieleburg ist oder so, dann will ich es mir zulegen. Ansonsten ein Spiel, das mich überhaupt gar nicht ansonsten interessiert. Ganz anders ist es bei Hyperspace, ein asymmetrisches 4X-Spiel von Sandy Peterson, der zum Beispiel auch Xatullo Wars gemacht hat, der auch bei Age of Empires zum Beispiel für das Balancing, der 13 Fraktionen zuständig war, die da drin waren. Und der hat jetzt halt ein 4X-Spiel gemacht, ein asymmetrisches Strategiespiel, Fast Moving, nur 20 Minuten pro Spieler. Also geht es ein bisschen Richtung Pile Imperium oder Eclipse wahrscheinlich noch eher. Man kann sich auch interessiert, dass hier schon die Regeln durchlesen. Wie man sieht hier 1700, das ist ein Treffen mit Peterson selbst. Es gibt so ein All-In-Patch, wo man einfach 300 Dollar zahlt. Man kann das Spiel selbst aber auch schon für 69 Dollar bekommen. Dann hat man, ich glaube, genau 8 Rassen drin. Und es gibt noch so ein Upgraden-Patch, wo man sich irgendwie noch, glaube ich, Rassen dazu aussuchen kann oder Fraktionen. Es gibt insgesamt, glaube ich, 24 Fraktionen oder sowas. Und mit diesem großen Patch habt ihr halt alle davon. Die sind dann alle komplett asymmetrisch, spielen sich alle komplett anders. Das ist natürlich die Frage, ob man 24 Rassen wirklich braucht. Ich bin, hat auch ganz interessante Konzepte hier. Man kann halt mit einem Mitspieler zusammen auf dem Planeten siedeln und kann dann Krieg führen, muss aber nicht. Man kann auch einfach friedlich koexistieren. Es gibt halt keinen Transport. Das heißt, ich kann innerhalb meines galaktischen Imperiums einfach dann irgendwo hinbauen, beziehungsweise auch angrenzend irgendwie hinbauen. Und man kann hier so Marker reinstecken, wo man dann den Fabriken quasi vorgibt, was die produzieren. Und man kann halt wieder eine Flotte aufbauen und ein paar neue Technologien holen und gegen Mitspieler kämpfen. Die können wahrscheinlich auch ganz rausgeballert werden. Und hier sieht man auch, es gibt halt ganz viele verschiedene Zivilisationen. Die sehen auch schon so ein bisschen Xetulomäßig aus, muss man tatsächlich sagen. Und ja, das Gute ist ja, bei Sandy Peterson weiß man, wenn das ein Erfolg wird, dann wird es hier Season 2 zu geben mit irgendwie noch mehr Fraktionen und noch mehr Spiele drin. Deswegen werde ich auch da erstmal sagen, ich warte ab. Und guck mal, ob das dann auch nur so okay wird, weil es gibt ja von diesen 4X- und Weltraum-Cypher-Spielen einige. Die sind alle so okay bis gut. Keins hat wirklich bisher 2.1 für mich persönlich verdrängt. Und auch mit Eclipse. Ja, also ich werde die neue Version auch spielen, wenn sie raus ist. Aber habe ich am Anfang ganz gut gefunden. Nach ein paar Partien war das bei mir auch durch. Und hier gucken wir. Also ich werde einfach mal die ersten Berichte abwarten und dann mal gucken, brauche ich das zwingend oder nicht. Aktuell würde ich sagen, eher nicht. Aber auch ein Spiel, wenn ihr noch nichts in der Richtung habt, kann man sich das holen. Das ist sicher nicht uninteressant. So dann Millennium Blades, Collusion. Millennium Blades ist ein Spiel, in dem wir Menschen spielen, die ein Sammelkartenspiel spielen. Und das habe ich mit Marcel zweimal gespielt, vor 2 oder 3 Jahren, die erste Version davon. Das war spaßig, unterhaltsam. Man hat immer versucht, sich so Siegpunktmaschinen aufzubauen, so Synergie gegen Karten auszuspielen, die tolle Effekte zusammen haben. Hat auch so ein bisschen Echtzeit-Komponente. Also wir haben einfach beide so unsere Deckbau-Phase quasi gleichzeitig gemacht, wie man das ja bei so Living-Card-Spielen oder bei so Sammelkartenspielen auch macht. Das muss ich jetzt so sein Decks baut. Das haben wir da halt auch gemacht. Ich glaube, die hat man auch wirklich gegeneinander antreten lassen. Guckt, wer dann wie viele Punkte bekommt. Das war schon durchaus spaßig und ist ein Spiel, wenn ihr euch das Thema anmacht, wenn ihr halt selber irgendwie solche Spiele spielt und jetzt einfach mal ein Spiel spielen wollt, wo ihr quasi euch selbst dann spielt. Guckt das mal an. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei mir, also ich habe halt die drei Partien gespielt und habe dann gesagt, okay, war nicht mein Spiel, habe ich gerne mitgespielt, würde ich auch immer wieder mitspielen, weil es nichts, was ich zwingend brauche, aber dafür ist die Masse an Spielen auch zu groß. Also wenn ich bei jedem guten Spiel sagen würde, oh, brauche ich unbedingt, dann hätte ich A, wäre meine Wohnung eh viel zu klein und wer soll das spielen? Ihr seht ja auch oft, wenn es andere jetzt vor den riesigen Spieleregalen stehen, wenn man sich die Spiele da hinten mal anguckt, dann, also man weiß natürlich genau, was die Leute in der Freizeitzeit so machen und was die davon wirklich spielen, aber bei vielen Sachen denkt man sich, ey, das Spiel ist irgendwie fünf Jahre alt und das ist da jetzt irgendwie schon seit vier Jahren unbewegt drin, das spielt man aber nicht wieder, auch wenn das mal irgendwie gut und nett war und ich versuche meine Sachen dann doch eher klein zu halten, darum, ja, werde ich mir das jetzt auch nicht zulegen, weil dafür triggert das jetzt nichts von mir, aber es hat Spaß gemacht, wenn ihr den Vorgänger schon gespielt habt und jetzt die Erweiterung dafür unbedingt haben wollt, weil ihr das irgendwie doch ständig auf den Tisch bringt, dann guckt ihr das mal an, wenn euch das Thema für sich anmacht. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich ein Video dazu gemacht habe, ich wollte ein Video dazu machen, ich habe hier dann doch tatsächlich ein Video dazu gemacht, also wenn ihr euch da interessiert, wie das funktioniert, irgendwie neugierig auf den Kickstarter seid, dann guckt da einfach mal rein, dann seht ihr genau, wie das Spiel funktioniert. So, dann ist Aeons End The New Age jetzt auf Kickstarter, läuft noch einen ganzen Monat, also da habt ihr absolut keine Eile, ich habe ja gerade Aeons End Legacy gespielt, das fand ich richtig gut, es hat super viel Spaß gemacht, Aeons End an sich finde ich auch, so ein richtig gutes Spiel, eines der besten Deckbauspiele, die ich persönlich so kenne und das ist jetzt einfach wieder ein Grundzelt mit neuen Helden, neuen Gegnern, neuen Karten, ja einfach, wenn ihr das Spiel schon habt, solche Deckbauspiele leben ja auch immer davon, dass man nicht immer die gleichen Decks hat, sondern immer mehr Kombinationen hat, die man miteinander mischen kann und hier hat man das jetzt eben auch, man hat natürlich mehr Gegner, mehr verschiedene Helden, mehr Karten, die man in die Auslage packen kann, die man kaufen kann, das sorgt einfach immer noch für ein bisschen Würze, ich mag Aeons End sehr, aber ich habe mir auf der letzten Spiel, oder auf der vorletzten Spiel so ein Bundle geholt, wo ich irgendwie so das zweite Grundspiel hatte und noch so ein paar Erweiterungen, so ein paar Extras da mit drin, ich mag das super gerne, ich würde es gerne viel häufiger spielen, es kommt aber irgendwie gefühlt nur zweimal im halben Jahr, wenn überhaupt, auf den Tisch und das reicht, da brauche ich jetzt auch da nicht noch mehr, auch wenn ich es gerne hätte, aber ich muss nicht immer alles zwingend zu Hause haben, sondern gucke auch ein bisschen danach, was wird wirklich gespielt und ja, es ist ein cooles Spiel, wenn ihr noch gar nichts habt davon, ist das auf jeden Fall die Gelegenheit, damit einzusteigen, weil, nein, die Stretchhoots wären schon, warte, lass mal kurz gucken, was das kostet, 69 Dollar, 61 Euro ist noch nicht ganz, unhappig, ich glaube, da werde ich passen, aber ich kann es absolut empfehlen, also wie gesagt, kooperatives Deckbauspiel, wir haben immer einen Gegner, jeder von uns hat es einen Held, man kann so verschiedene Zaubersprüche spielen, Relikte, Gems, mit denen man sich irgendwie die Sachen dann kaufen kann, man muss genau überlegen, wer macht wann, wie, wo, was, nachdem ich jetzt noch eher ins End gespielt habe, also das Legacy Spiel und noch das Rechargeback habe, werde ich wahrscheinlich auch oft einfach meinen Helden spielen, meinen individuell eigenen Helden, den ich mir erstellt habe, aber das Ding ist richtig, richtig gut, habe ich mittlerweile auch schon ein Video dazu gemacht, könnt ihr mal reingucken, sowohl Live Let's Plays als auch ein Rezensionsvideo, diese Playman, na, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ich muss ja mal ein bisschen sparen, also deswegen kann ich auch irgendwie nicht mal alles reingeben, was ich gerne haben wollen würde, aber, ja, das Ding lohnt sich auf jeden Fall und ist einfach nur von mir zwei Daumen nach oben. So, Yokohama ist eines meiner All-Time-Top-10-Euro-Games, also es wird da auf jeden Fall lange Zeit ganz oben mit einer Liste drin bleiben und da gibt es jetzt die Duell-Variante, die quasi einfach Yokohama für zwei ist und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird man, na, hier kann man für 120 Dollar auch noch eine Deluxe-Version vom normalen Yokohama dazu bestellen, das Spiel ist ja, ja, absolut sprachneutral, aber eigentlich nur die deutsche Anleitung, ansonsten noch auf den Karten, auf den Karten des Textes drin, also wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, dann könnt ihr euch auch einfach die Version jetzt holen, weil da habt ihr halt nicht mehr diese Papp-Marker, sondern so richtige Holz-Token dabei und das sieht dann natürlich schon hochwertiger aus, ich habe mir jetzt hier die zwei Versionen noch nicht groß angeguckt, man kann eh, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie mit Agricola, man kann ja das normale Agricola auch wunderbar zu zweit spielen, da ist man unter 60 Minuten durch oder man kann eben das Agricola für zwei spielen, da spielt man so 30 Minuten im Schnitt und hat halt einfach ein Element raus, die Landwirtschaft, sondern nur die, ja, die Viehzucht da mit drin, da kann ich mir gut vorstellen, dass es hier ähnlich ist, aber wenn ihr auch totale Fans dann seid oder sagt, ja, das Spiel wäre schon cool, aber noch einen Ticken kürzer vielleicht, aber schnell auf den Tisch gebracht, dann kann das hier was für euch sein, wie gesagt, das ist jetzt eben auch die Gelegenheit für euch, einfach nochmal die Deluxe Saison von Yokohama euch anzugucken, wenn ihr Yokohama noch nicht kennt, guckt es euch an, ich habe das Spiel ja auch damals gesehen, habe mir das nur in der Vorschau angeguckt und habe gesagt, oh Gott, das sieht aus, als würde es direkt aus der Euro-Hölle kommen, total abstrakt und total hässlich und äh, aber es ist ein richtig gutes Spiel, das spiele ich wirklich immer wieder gern, das wird auch eins sein, ich habe ja gerade gesagt, ich halte meine Sammlung, ich versuche sie so klein wie möglich zu halten, was drei bis vier Spiele gerade aktuell bedeutet, aber es werden sonst deutlich mehr, Yokohama wird auf jeden Fall immer einen Platz darin finden, so dann hat auch Wolfgang Warsch sein erstes Kickstarter-Spiel, ein telepathisches Party-Spiel, ne, passt ja wieder zu The Mind, hat auch nicht alleine designt, sondern zusammen mit, ne, also Wolfgang Warsch, Alex Hagwell und Justin Wickers, ist ein, also ich habe es auch nicht gespielt, deswegen ist es ein bisschen kompliziert zu erklären, aber generell, das hier, ne, das ist ein Anzeiger, den man irgendwo einstellen kann und ein Spiel ist quasi immer Tippgeber und zum Beispiel gibt es so immer zwei Pole quasi, einmal irgendwie kalt und heiß auf der einen Seite, ne, das heißt, kalt wäre irgendwie hier und super heiß wäre hier und er muss dann so einen Hinweis geben, mit dem er sagt, wo, wenn man das hier aufdeckt, diese Skala hier ist, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde Kaffee, dann muss er das Team diskutieren, okay Kaffee, wie ist das einzuordnen? Also super heiß wäre vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Sonde oder der Urknall und minus, also, ne, der irgendwie, wäre Weltraum mit irgendwie minus 273 Grad Kelvin, ist so der absolute Nullpunkt, wo dazwischen ist Kaffee einzuordnen und dann dreht man diese Anzeige da hinten, wo man denkt, dass es passt, deckt das Ganze auf, mit dem Innerhalb dieses Spektrums ist, je näher man in der Mitte dran ist, umso mehr Punkte bekommt man und da gibt es eben unterschiedliche Dinge, ne, Herrless Harry, Fantasy, Sci-Fi, Smell's Good, Smell's Bad und ich habe da noch nicht so ganz raus, wovon dieser Tipp abhängt, ich denke, da kann man sich selbst einfach irgendwas ausdenken, was halt zu dieser Skala passt und die anderen müssen eben darüber diskutieren, was meinte ich jetzt damit, ne, und hier sieht man es noch, ne, wo ist die Sonne, meint der Kaffee oder meint der Eiskaffee, denn Kaffee ist nicht mehr heiß, so heiß ist Kaffee auch nicht, weil es gibt ja auch sowas wie Lava und, ja, man muss da dann drüber diskutieren, scheint, also den Testimonials nach, auf jeden Fall ganz gut anzukommen, Fantastic Party Game Experience, das muss man, glaube ich, selbst gespielt haben, klingt auch wieder so, vom Grundprinzip her, mega einfach, mega banal, kann das gut sein, also genau wie The Mind, Just One, alle Spiele mit super einfachen, generellen Ideen, die aber super mega gut ankommen, besser als vieles, was deutlich komplizierter ist, von daher bin ich da mal sehr gespannt drauf, ne, Consider My Die Turn Up To Super Hyped, ähm, genau, hier hat sich das einer selbst gebaut und hier sagt er eines der meisten Social Social Games, die er irgendwie sehr am häufigsten gespielt hat, ja, also Design ist auf jeden Fall interessant und, ähm, ich bin da, also da, das möchte ich auf jeden Fall spielen, das werde ich auch, denke ich, spielen, ich denke, das wird auch irgendwie in den deutschen Handel kommen, hoffe ich, weiß da auch nichts Genaues drüber, ah, mal gucken, was es so kostet, 29 Dollar, werde ich noch überlegen, werde ich auf jeden Fall mal auf die Beobachtungsliste setzen, eine Erinnerung, läuft noch 23 Tage und dann schauen wir mal, dann werfen wir nochmal kurz einen Blick in die Spielespiele, da gibt es The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, das ist schon durchfinanziert, läuft noch eine Woche, ich habe mir das bisher noch nicht angeguckt, ähm, hat ganz gute Bewertungen, aber wenn man auf BoardMe guckt, dann auch teilweise nicht ganz so gute Bewertungen, ist ein bisschen Spiel des Lebens mit Worker Placement und es soll viel vom Spiel des Lebens einfach haben, ich meine, das Thema ist auch Spiel des Lebens, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sowas ist, was ich zwingend in meiner Sammlung haben muss, weil, äh, also wenn, ich habe mir die, viele Kommentare auf Board Game Geek durchgelesen und viel davon klang dann doch recht banal, uninspiriert, einfach nur dieses Thema aufgeriffen, da so ein Spiel drumherum gestrickt, das, ja, weiß nicht, also müsst ihr vielleicht, wenn ihr es gespielt habt, schreibt doch mal Kommentare drunter, weil ich habe gesagt, es ist nicht gespielt, kann nur so meine Eindrücke, die ich von anderen Eindrücken habe, wiedergeben, äh, sagt da einfach mal, ob es total teufelt, ob es gespielt hat und sagt, nee, ist total banal, sagt, es braucht jetzt nicht noch irgendwie Unterstützung, weil es ist schon durch, aber, wenn jetzt viele von euch sagen, boah, ist richtig gut, das Thema wird richtig gut umgesetzt und macht auch spielerisch richtig Spaß, dann, ähm, ja, ne, je mehr Leute da mitmachen, natürlich umso besser. Und dann ist gerade noch in der Spiele-Schmiede das Artemis-Projekt, das braucht er noch ein bisschen, wobei es dauert noch 22 Tage und es fehlen noch 1.200 noch was Euro, das wird also sehr wahrscheinlich gebackt werden, ich weiß gar nicht, ob die englische Version davon schon raus ist, das war irgendwie zu Spiel, aber ich glaube, da kommt noch ein Demo-Spiel, also, ähm, wie gesagt, hier steht es auch irgendwo, es ist ein, ähm, Kerner-Aufbauspiel für 1-5 galaktische Siedler ab 12 Jahren, man führt so ein Siedler-Team an, um eine selbstseitende Kolonie zu errichten, spannende Herausforderungen, Lebenslauf, also Lebensraum, hier kann man sich das einmal angucken, was es da so alles drin gibt, wie gesagt, kann ich auch, hier gibt es, ne, auch wie wird gespielt, so Hangars, Surikane, Kristalllandeplattformen, die Schwelle, Witz und Meerwesen, kann man sich da eben auch die Anleitung angucken, man kann sich ein komplettes Print-and-Play dazu machen, es gibt ihm auch schon verschiedene Rezensionen dazu, weil natürlich, so ist immer nur das Positive rausgestellt, da lohnt es sich eben immer mal auf Board Game Geek zu gucken, und zu gucken, was sind da so die Kommentare, aber es ist auch mal schwierig, da noch zu gehen, ähm, bei, äh, King of Death Monster, habe ich mir auch die Kommentare anguckt, und dachte, oh Gott, das ist ja wie Winter der Toten, und ich hasse Winter der Toten, ähm, ja, ich bin froh, dass ich mir trotzdem angeguckt habe, weil KDM ist einfach eines meiner absoluten Orte, am Lieblingsspiele, von daher, hier einfach mal reingucken, also, wenn ihr sagt, so Kenner Aufbauspiel, aha, da klingelt was, das Thema ist auch ganz gut, mit halt irgendwie so ein bisschen Weltraum, und dann eben nicht so Richtung Twilight Imperium, sondern wirklich mehr so, ähm, Aufbauspiel, dann könnte eben das auch was für euch sein, guckt da mal rein, ich denke, das wird die Finanzierung ziemlich sicher schaffen, und das war's dann auch schon wieder, natürlich habe ich jetzt nicht alles vorgestellt, was gerade auf Kickstarter ist, wenn man da einfach mal so durchguckt, dann findet man da auch noch andere Sachen, so hier wie dieses Summer in Mara, oder, Cascade Land Parks, so Wort Game, ne, ein bisschen aus wie Bärenpark, stöbert da einfach mal selbst, vielleicht findet ihr noch andere interessante Sachen, du habt irgendwelche kleinen Projekte, wo ihr ja schon ein bisschen mehr drüber wisst, weil ihr das irgendwie in Essen gespielt habt, oder jetzt in Nürnberg euch angeguckt habt, oder auf irgendwelche Convention gesehen habt, und gesagt, hey, das Ding ist zwar klein, unbekannt, aber lohnt sich das mal anzugucken, dann schreibt da gerne mal einen Kommentar drunter, ich kann mir leider auch immer nicht alles super ausführlich angucken, irgendwo gab es ja auch noch so Dice Coins, die, weiß nicht, hab ich vielleicht auch schon überscrollt, das sind einfach so, ähm, runde, ja, so Scheiben quasi aus Metall, die man so spinnt, die spinnen dann sofort, und bleiben auch ungefähr da stehen, wo sie stehen, dann drücken wir halt drauf, und das, was quasi so links vom Finger ist, die erste Zahl, die man ganz sieht, ist nur die Zahl, ist halt auch ein fancy Würfel, weiß nicht, ob das bei Spielen, wo man viel würfelt, auf Dauer dann nicht irgendwie ein bisschen nervig wird, aber, ähm, ja, wie gesagt, guckt mal, es gibt noch viel, ne, auch wenn ihr Dinosaur Island habt, dann habt ihr hier so ein Meeple Upgrade, wo ihr halt verschiedene Dinosaurier holen könnt, was spielerisch überhaupt keine Relevanz hat, aber, sieht halt ein bisschen hübscher aus, das war's von mir, ich hoffe, ihr habt was für euch gefunden, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video, ne, unten drunter, und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn gerne, und ich sage bis bald, und tschüss. und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.